Guten Tag meine Damen und Herren. Sechs Monate Corona-Krise und kein Ende. Wie haben sich unsere Fonds geschlagen, insbesondere der Max Otte Vermögensbildungsfonds? Heute ein Update von mir zu unseren Fonds. Sechs Monate haben wir nun Corona, vielleicht schon länger und es wird nicht besser. Eine zweite Welle wird herbeigeschrieben, die Zahl der Toten hält sich sehr in Grenzen, die Infizierten werden gemessen, wir wissen aber nicht genau wie die Datenbasis ist. Es ist alles sehr viel unklar. Ich zähle mich auch zu den großen Corona-Skeptikern. Nicht, dass es dieses Virus nicht gäbe, aber es wird benutzt, um andere Ziele durchzusetzen. Das ist für mich relativ klar. Und dann ist natürlich die Frage, wie man in solchen Situationen mit seinen Geldanlagen umgeht und wie wir im Max Otte Vermögensbildungsfonds damit umgegangen sind. Vorab, wir haben uns sehr gut geschlagen. Wir sind sehr froh über die Performance, die wir erreichen konnten. In der Corona-Krise selber kommen natürlich dann die Mainstream-Medien und weisen gerne auf sogenannte Crash-Propheten. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden und wir sind eben keine Eintagsfliege. Ich bin seit 35 Jahren an der Börse. Unsere Fonds sind seit 11 Jahren an der Börse. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds ist seit sieben Jahren an der Börse. Wir stehen für Kontinuität und hier heute ein Einblick in unsere Werkstatt. Wie ist es gelaufen? Zu Jahresbeginn wurden wir von den Euro Fund Awards ausgezeichnet und wir haben den vierten Platz unter 75 Aktienfonds gemacht. Und das ist sehr beachtlich. Der PI Global ist sogar noch unser zweiter Publikumsfonds, ist sogar noch zwei Plätze besser. Aber das kann sich auch mal schnell wieder ändern. Beide haben ähnliche Titel. Der eine ist in Deutschland, der andere ist in der Schweins- und Lichtenstein. Das ist der Hauptunterschied. Sonst werden sie sehr ähnlich gemanagt. Die Max Otte Fonds eignen sich für langfristige Kapitalanleger, die nach meiner Strategie Vermögen aufbauen wollen. Und ich habe auch Fonds, die sich für professionelle Investoren eignen. Sie sind nicht zu Spekulanten für Zocker, die schnell rein oder raus gehen. Sie haben es im Übrigen richtig gemacht. Wir haben viel Vertrauen von ihnen bekommen in der Krise. Wir hatten Millionen Mittelzuflüsse auf dem Höhepunkt der Krise. Und das war genau richtig, denn unser Fonds hat sich danach blitzschnell erholt und ist sehr stark gestiegen. Wir haben natürlich Risiken. Die Fonds schwanken als Mischfonds, also aktienlastige Mischfonds, schwanken sie auch mal mit dem Markt, aber sie wachsen mittelfristig hoffentlich besser als der Markt. Es gibt natürlich auch Länderrisiken, also die üblichen Risiken, aber durch die Mischung haben wir das sehr gut im Griff und wir haben ja auch Liquidität für Krisenphasen, wo wir dann nachkaufen können. Im Juli 2016 haben wir unsere Strategie überdacht. Ich habe mein Team verstärkt, auch umgebaut und seitdem läuft es sehr, sehr gut. Wir haben natürlich die Corona-Krise auch mitgemacht, aber wir sind seitdem sehr stark gestiegen und wir haben schöne Kursanstiege seit Juli 2016. Und wir laufen vor allem den Vergleichsindizes weg und sind da ganz vorne dabei. Und das freut uns, es macht uns stolz, es ist Ansporn natürlich auch noch mehr zu machen. Also mit dem Max-Otto-Vermögens-Bildungsfonds wollen wir Rendite erzielen. Er schwankt schon mal, aber es soll natürlich unterm Strich gut was dabei rumkommen. Das ist es in den letzten Jahren und so wollen wir auch weitermachen. Im August konnten wir sogar die Benchmarks sehr gut schlagen. Im August ist der Fonds um 5,5 Prozent gestiegen, was schon sehr beachtlich ist. Der MSCI World in Euro um 5,3, der DAX um 5,1, der SMI, der Schweizer Index um 1,3 und der StocksEurope um 2,8. Also im August hatten wir einen sehr starken Monat. Und um das vorwegzunehmen, wir haben auch angefangen wieder Liquidität aufzubauen, falls es im Herbst mal ein Rücksitz ergibt, dass wir dann wieder einsteigen können. Lassen Sie uns also in den Fonds hineinschauen, lassen Sie uns in die Werkstatt hineinschauen und schauen, welche Aktien zu den Gewinnern und zu den Verlierern gehören. Ganz klasse, das schwäbische Systemhaus Bechtle mit fast 40 Prozent Performance seit Jahresanfang. Das behalten wir langfristig. Inhabergeführt, Aktionärsorientiert, Wachstumsperspektiven in Ordnung. Der Preis ist nicht mehr billig, also Bechtle kann auch mal einen Rücksetzer bekommen, aber dann würden wir eher nachkaufen, weil das so ein Unternehmen ist, wie wir es ganz gerne haben. Es hat klein angefangen, wir sind schon lange dabei und wir wachsen mit. Und wir beobachten das Unternehmen und wir freuen uns, wenn es weiter Marktanteile gewinnt, wenn es Unternehmen kauft, wenn es wächst. Und in der Krise jetzt wächst es natürlich besonders, weil jetzt die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen nochmal gestiegen ist. Und das heißt auch, dass zum Beispiel nicht nur die Pharmaindustrie ein Interesse an Corona hat, dass nicht nur die Politiker ein Interesse daran haben, ihre Macht auszubauen, sondern auch die gesamte IT-Industrie, angefangen bei Amazon bis eben über Bechtle bis hin zu Microsoft, profitieren von Corona. Gruppo Mutui Online, unser italienischer Online-Hypothekenvermittler, auch Inhaber geführt, ist ebenfalls gut gestiegen. Adtec, ein schwedischer Händler im Maschinenbereich, 52% Total Return, auch da bleiben wir dabei. Chupenion, ebenfalls Inhaber geführt. Und als letztes kommt JD.com, chinesisches Online-Unternehmen. Also alles Unternehmen hoher Qualität, die nicht alle ganz billig sind, aber die langfristige Perspektiven haben, auch in Corona, gerade durch Corona, da wollen wir dabei bleiben. Das waren die Top 5 nach Gewichtung, also mit der höchsten Gewichtung. Jetzt nach Performance haben wir Flowtraders, Zerrose Group, dann kommen Adtec, Chupenion, JD und Barrick Gold, unser alter Bekannter. Also bei den prozentualen Top-Performern haben wir drei neue, die sind aber niedriger gewichtet. Flowtraders ist eine Handelsplattform, auch die gewinnt, wenn es Turbulenzen an den Börsen gibt und die gab es zuhauf im ersten Quartal und auch danach noch. Und da hat Flowtraders bei solchen Situationen fahren Handelsplattformen natürlich einen hohen Gewinn ein, das ist genau hier passiert. Zerrose Group, die auch Doc Morris besitzt, eine Online-Apotheke, die stark expandieren, sehr stark performt, beides fast 80%. Als letztes dann die Barrick Gold, die wir auch langfristig halten, weil Gold natürlich ein Langfristtrend ist. Wir sind zwar nah an den Allzeithochs und haben die auch zum Teil geschnitten, aber der Goldzug ist noch lange nicht abgefahren. Wir bleiben dabei. Es gibt natürlich auch Loser, einer davon ist die Grenke, ebenfalls ein inhabergeführtes Unternehmen. Manchmal gibt es bei solchen Unternehmen Rücksetzern. Wir bleiben dabei. Die Unternehmensqualität ist sehr hoch. Gazprom ist ein Loser. Die haben auch stark eingebüßt, 20-30%. Aber sie sind sehr, sehr billig. Sie werfen eine sehr hohe Dividende ab. Sie bauen ihr Geschäft mit China aus, selbst wenn jetzt Nord Stream 2 nicht klappt, an der Gazprom natürlich beteiligt ist und wo Gazprom ein Interesse daran hat, ist es ein Schnäppchen. Wenn wir natürlich in den totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland gehen, dann kann sich das auch eine Weile hinziehen, aber deswegen gewichten wir solche Positionen auch nicht so hoch. Vodafone ist auch rückläufig im Kurs. Wir sehen da sehr stabile Cashflows bei diesem am besten aufgestellten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Es gibt eine hohe Dividendenrendite. Wahrscheinlich werden sie ihre Mobilfunkmasten abspalten, in ein eigenes Geschäft überführen, an die Börse bringen. Da gibt es Fantasie. Die Aktie ist billig. Sie wirft viel Dividende ab. Es ist also ein Gegengewicht zu den nicht ganz billigen Wachstumsunternehmen, die wir haben. Da bleiben wir auch dabei. Ja, Zur Rose ist eben eines unserer neuen Titel und ist bekannt durch Doc Morris und MedPacks in Deutschland und in der Schweiz. Und sie profitieren natürlich von der Digitalisierung der Apotheken, sind da auch Vorreiter, haben eine gute Marktposition. Corona gibt der ganzen Sachen. Nochmal, ein Schub hat oft günstigere Preise als die stationären Apotheken. Da passiert so ein bisschen was, was im Brillenhandel schon vor 30 Jahren passiert ist, 40 Jahren, was viel man mit der Brille gemacht hat. Dass natürlich jetzt standardisierte Konzepte kommen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gut finde, aber das ist eine Entwicklung, der wir uns nicht verschließen können und von der wir dann auch wenigstens profitieren wollen. Es gibt eine gute Kostenstruktur. Wir sind Marktführer oder das Unternehmen ist Marktführer in Deutschland und ist weiterhin Gründer geführt. Hat sich bislang in unserem Portfolio sehr, sehr gut gemacht. Und sie wachsen in die Profitabilität hinein. Wenn Sie jetzt diesen Chart hier sehen, der Kurs ist zwischenzeitlich sehr stark gestiegen. Sie sehen in grün unsere Einstiegskurse. Zwischendurch hatten wir plus 101 Prozent. Jetzt ist der Kurs ein bisschen zurückgekommen. Aber da das Unternehmen stark wächst, wächst auch der innere Wert. Das ist das, was viele Privatanleger nicht sehen. Ich verkaufe nicht, wenn der Kurs steigt, wenn das Unternehmen in gleichem Maße mitwächst. Denn dann bleibt das Unternehmen ja weiter attraktiv. Und hier wächst der innere Wert kontinuierlich durch Zugräufe, durch Marktanteilsausdehnung, durch Umsatzanstiege. Wir bleiben dabei. Insgesamt allerdings, und das ist jetzt der Wermutstropfen, zeigt der Buffett-Indikator wieder eine leichte Überhitzung der Aktienmärkte. Sprich, der Börsenwert aller Aktien dieser Welt ist mittlerweile wieder über dem Sozialprodukt der Welt. Und das ist in der Vergangenheit immer ein Zeichen gewesen. Jetzt könnte erstmal ein deutlicher Rücksetzer kommen. Jetzt könnte ein wir wieder nach dieser brutal schnellen Erholung, die wir jetzt zum zweiten Mal hatten. Einmal 2018 auf 2019. Das ging ja drei Monate runter und genauso schnell wieder rauf. Sie sehen das hier ganz hinten im Chart, im Börsenchart der Welt. Und jetzt wieder nach Corona. Und deswegen haben wir angefangen Liquidität aufzubauen. Also unsere Absicherung ist die Kasse. Wir wollen Geld verdienen. Wir wollen, dass am Jahresende Geld für Sie da ist, dass Rendite herausspringt. Dann nehmen wir auch etwas Schwankungen in Kauf. Aber wenn wir der Meinung sind, wir haben eine gewisse Überhitzung, dann nehmen wir auch Geld vom Tisch und reinvestieren es dann wieder. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe für unsere Anleger bei der Privatinvestor ein privates Video gedreht, am 1. oder 2. April. Habe gesagt, das war kein April-Scherz. Ich bin voll investiert. Kaufen Sie. Das war etwas früher sogar. Und beim 1., 2., 3. April bin ich unabhängig bei verschiedenen Medien rausgegangen. Habe gesagt, ich bin voll investiert. Kaufen. Jetzt ist ein guter Moment. Das war natürlich der Moment, an dem sich viele nicht getraut haben. Dafür haben sie auch uns im Fond-Team. Das sind die Hartgesottenen, die auf Kosten der Zittrigen verdienen. Also zuschlagen, wenn die anderen zittrig sind. Das Motto von Warren Buffett sei gierig, wenn die anderen furchtsam sind. Das haben wir gemacht und das hat sich sehr gut ausgezahlt. Und im Moment sind wir etwas furchtsamer, weil die anderen gierig werden. Wir haben also Geld vom Tisch genommen und wir werden es in der nächsten Krise eiskalt und sehr nüchtern wieder einsetzen, um Rendite für sie zu erzielen. Und wenn Sie sehen, das zahlt sich aus beim Max-Otto-Vermögens-Bildungsfonds. Sie sehen also diesen starken Einbruch, den wir auch hatten in der Corona-Krise, aber dann haben wir eben nachgekauft, haben uns sehr schnell wieder erholt. Beim nächsten Mal haben wir noch mehr Liquidität. Das heißt, wir hoffen, dass der Einbruch wesentlich geringer ausfällt, wir uns noch schneller erholen. Das Potenzial der Titel, die wir im Wert haben, ist ungefähr 55 Prozent. Das heißt, der Fond kann sich verdoppeln, bis er seinen fairen Wert erreicht. Wir berechnen ja keine Zielkurse, sondern faire Werte für die Unternehmen. Und wenn die Unternehmen wachsen, dann wachsen diese faire Werte auch. Und insgesamt ist der faire Wert des Fonds eben mehr als doppelt so hoch, wie der Kurs, zu dem die Titel aktuell notieren. Also von daher freuen wir uns auf die nächste Marktphase. Wir sind vorbereitet. Wir freuen uns, wenn Sie Vermögensaufbau mit dem Fonds betreiben. Ich darf mein Team noch kurz vorstellen. Wir sind mittlerweile zu viert. Auf dem Bild sind erst drei. Das bin ich. Das ist Herr König als Senior Analyst und Prokurist und demnächst Geschäftsführer. Er ist jetzt etliche Jahre im Unternehmen. Er ist Ingenieur. Er betreut mehrere Fonds. Herr Galecki ist ebenfalls Ingenieur. Herr Andres ist Bankkaufmann. Wir sind also ein gutes Team. Wir sind langfristig für Sie da. Wir treffen die Entscheidung kollegial. Wir haben einen gemeinsamen Anlageausschuss. Die Fonds werden dann von verschiedenen Analysten weiterbetreut in Zusammenarbeit mit mir. Wir haben Spaß an der Sache. Wir sehen die nächste Börsenphase als Herausforderung. Auch in der Börsenphase wird es Unternehmen geben, die von der Börsensituation profitieren. Die suchen wir für Sie aus. Wir sind für Sie da. Bis zum nächsten Mal. Ihr Max Otte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.